Gewalt 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 unite Quelle Du wirst durch eine Waffe enden, und das verändert nicht die Welt. Ich will dich nicht dazu verführen, dass du dich nicht zu rühlen getraust. Solltest du ein Unrecht spüren, kämpf mit dem Kopf, nicht mit der Faust. Mach dich nicht mit Gewalt kaputt. Denk daran, wir brauchen dich, dich und deinen Mut. Drum mach dich nicht mit Gewalt kaputt. Mach dich nicht mit Gewalt kaputt. Du weißt genau, wie weh es tut. Du hast die Wahl zwischen Bös oder Gut. Mach dich nicht mit Gewalt kaputt. Mach dich nicht mit Gewalt kaputt. Denk daran, wir brauchen dich, dich und deinen Mut. Drum mach dich nicht mit Gewalt kaputt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020